Kuss Müsstermann, freut mich sehr, dass das möglich war und dass du meiner Einladung gefolgt bist für einen Vortrag bei uns in der Architekturtheorie im Institut für Bau im Alpinen Raum an der Fachhochschule Graubünden. Wir haben jetzt eine Serie gestartet mit verschiedenen Vorträgen. Ich habe dich hier seit längerer Zeit ein bisschen beobachtet. Wir haben ein Open House in Zürich. Vor ein paar Jahren hast du deine Bauten an der Valdeckstrasse gezeigt und ich war eigentlich total begeistert, wie radikal du bist. In Zürich auch wie reduziert. Das ist eine ganz andere Sprache, die du hast. Es wird sicherlich auch damit zusammenhängen, dass du in Zürich und in Barcelona, mittlerweile auch in Mallorca unterwegs bist, andere Sachen auch siehst und andere Vorgehensweise hast, aber irgendwo wahnsinnig architektonisch bleibst und nicht auf diese Design-Ebenen kommst, wie das oft vielleicht in so urbanen Kontexten passiert, wie in der Schweiz oder in Zürich, sondern irgendwo eine ganz klare Architektur hast, die ganz direkt über das Material, über die Konstruktion, über die Räume, die du formst, Architektur bildet, Raum bildet und Interaktion zwischen den Menschen ermöglicht. Du hast dein Büro in Zürich, 1997 gegründet, 2004 ein Studio in Barcelona. Ich glaube, du bist mehr sogar in Barcelona, weil deine Familie auch in Barcelona ist und seit 2019 auch in Mallorca tätig. Du engagierst dich in Forschung und Lehre, aber auch Politik und Jury sind ein Thema, beziehungsweise die gesellschaftlichen Themen. Da beschäftigst du dich durchaus massiv, sei es diese Begleitung in Barcelona, wo du dieses Beratergremium begleitest, die Bürgermeisterin. Das ist ja wirklich spannend, wie man da macht. Vielleicht kommen wir dann auch auf solche Sachen noch zu und können das diskutieren. Ich freue mich sehr, dass du mitmachst und ich bin sehr gespannt, weil du durchaus, ich finde, erfrischend in der Architektur damit umgehst. Du hast nicht nur diese ganzen Klötze und diese ganzen Sachen, sondern eine gewisse skulpturale, räumliche Architektur hast, die ganz fundamental architektonische Themen eigentlich behandelt. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag und bin gespannt. Du kannst mich jetzt einfach hier rausnehmen aus dem Ding und freigeben. Ich muss dich wieder aus. Entschuldigung, muss ich das freigeben jetzt, oder? Du musst jetzt freigeben, ja. Tschüss. Also, herzlichen Dank, Daniel, für deine Einführung und ich möchte alle Studenten und alle Architekturinteressierten herzlich begrüßen zum heutigen Vortrag online. Ja, mit dem Titel, du hast es eigentlich schon sehr gut beschrieben, ich habe den Titel gewählt, Strukturierte Topografien. Ich möchte euch ein bisschen in unser Schaffen einführen, wie wir an Projekte herangehen und das von verschiedensten Programmen. Heute ist es mehrheitlich residential, aber spielt eigentlich keine Rolle. Es geht um verschiedene Größen, verschiedene Orte und es geht immer um diese Suche nach diesem Schwerpunkt der Dinge, quasi diese Morphologie. Also, was ist Architektur? Ist ja nicht nur, was wir jetzt irgendwie gelernt haben, eine Art Grammatik, die wir dann immer applizieren, sondern es hat doch viel zu tun, es ist wie so ein Cocktail von, wie sagen wir auch Morphologie, von Ort, Programm, den Menschen und dem Material. Und wir haben das dann so als Topografie beschrieben, im griechischen Neuschnelltopos heißt Oberfläche oder Ort. Und Topografie ist eigentlich eine Ortsbeschreibung. Und ich denke, das kommt unserem Suchen nach dem Schwerpunkt eines Projektes eigentlich ziemlich nah. Was ich euch zeigen werde, das sind acht Projekte. Das geht von Zürich über Mallorca bis nach Kiew von 135,5 Meter bis 4000. Lass uns noch einen kleinen Einblick geben, wie weit der Range ist. Das ist das Pavillonhaus in Buchberg, dann Kamboski Plata, auf Katalanisch heißt das, das Waldhaus am Beach in Mallorca. Dann bezahlbare Wohnungen am Lampenstraße, unerzielt in Zürich. Dann Dschungler Mallorca, Wettbewerb der Wissenschaftssiedlung Freihampt in München. Ähnlicher Wettbewerb gleich nochmals, mehrführende Häuser Paragatz. Dann der Research Campus in Kiew und zum Schluss das Haus, was du schon erwähnt hast, dann in Hausfeldegg in Zürich an dem Bau. Ich fange an mit dem Pavillonhaus, das ist der Neudaum. Das ist ein Haus in Buchberg. Das ist ein kleines Dorf nördlich im Kanton Zürich. Das ist ein Dorf, ihr seht hier am Schwarzplan. Natürlich war das mal Landwirtschaft. Ohne wie viele Orte hat sich das natürlich dann aus den Bauernhäusern, auch nicht Bauern angesiedelt. Und man kann sagen, es ist eigentlich so eine Art Einfamilienhaussiedlung ans Dorf angehängt. Das ist ein Bild vom Ort. Jetzt ist es so, dass eigentlich die Typologie vom Ort, es ist eigentlich landwirtschaftlich, aber halt so, jetzt nicht agglo, aber also semi-urban, eben mit Einfamilienhäusern wird das verdichtet. Die Typologie sind diese alten, großen Dächer. Diese Landwirtschaftshäuser, diesen überkragenen Dächer, wo man dann früher noch das Material draußen hinstellte. Die Sachen wurden nicht nass, auch Brennholz und so weiter, vielleicht noch Tiere. Und dann gab es über diese großen Dächer, gab es wie diesen Zwischenraum zwischen Haus- und Außenraum. Was halt eben dieser Übergang ist, sowieso eine wichtige Stelle, aber auch ein sehr schöner Ort in dem Sinne. Das war wichtig für uns. Und dann auch einfach die Typologie, und das geht bis ins Alpine, Daniel, der Bistur, der Experte, bis zu den, natürlich den Ställen in Graubünden. Wenn ihr das vielleicht schon gesehen habt, das sind dann eigentlich diese, diese wunderschönen, diese, alle vier Ecken, jetzt, wenn man so einen Stahl nimmt, das ist dieser Stein, wo das massiv aufgebaut wird. Also die Bauern haben das ja immer selber auch gebaut. Und dann, in diesen massiven Ecken wurde dann einfach, wurde dann das Holz, die Holzkonstruktion reingestellt und dann das Steindach darüber. Und das sind diese Assoziationen, quasi Typologie, von diesen Dächern und dann wieder dieses ursprüngliche, fast dieses alpine, wie ist das gemacht, nicht, mit diesen Steinen und diesem Holz. Und so haben wir dann das neue Haus als Hybrid, nicht jetzt mit Steinen, sondern mit Beton und Holz geplant, das ich euch gleich zeigen werde. Das ist der Blick zum Haus, ich habe extra dieses Foto gewählt, damit ein bisschen ein Gefühl für den Kontext gibt. Das ist einfach, diese Einfamilienhaus, endlose, da gibt es ja endlose Beispiele, das ist Einfamilienhäuser mit diesen, ja, halt kleinen Typologien, auch das ist vom Bauherrsitz vorgeschrieben, Satteldach mit einem Kreuzgiebel, das ist ein Kreuzgiebel, nicht, und quasi vierwäckiger Grundriss. Und dann war eigentlich die Mantellinie des Projekts schon definiert, nicht. Und dann muss man, und dann kann man natürlich schon noch ein bisschen tiefer gehen. Also wie kann man aus so einer, fast, ja, man kann es jetzt gut finden, nicht, dieser Kontext, aus diesem sehr starken, fast kontaminierten Kontext, wie kann man da eine Kraft entwickeln mit einem kleinen Projekt, das irgendwie doch noch eine Energie irgendwie versprühen kann, das über das Gefühl von einem Einfamilienhaus mit einem Dach und so, an einem Garten und Rasen, wo ich exakt bin mit dem Rasen und diesen Ecken und so, nicht, ja, wie kriegt man das zustande? Und da wir uns eben fokussiert auf diese Typologie, eigentlich machen wir ein großes Dach, und wie ihr hier schon seht, ist unter diesem Dach, ist eigentlich fast nur die Hälfte, ist dann geheizt und bewohnt. Und die andere Hälfte, oder es sind zwei Drittel, ein Drittel gleich genau, die andere Hälfte ist einfach das Dach als offener Außenraum, wie eine Scheune. Nicht, müsst ihr euch vorstellen, diese großen Scheunen, wenn man da reingeht, diese wunderbaren Räume, ohne Programm, es ist fast nur quasi zum Sachen reinstellen, schön Räume und so weiter, aber es sind eben schöne Räume, weil sie so frei wirken. Und hier ist es so, dass das Haus im Sommer, kann man das öffnen, diese sind so Holzschiebefenster, das ist das Wohnen hier im Ege, und dann wird sich der Wohnraum im Sommer verdoppeln, ohne große ökonomische Mehrkosten, nicht, weil natürlich das Dach selber im Außenraum ist nicht isoliert, ist sehr einfach gebaut. Das ist eigentlich eine sehr kostengünstige Qualitätssteigerung von diesem sonst kleinen Haus. Jetzt zum Ganzen, es ist ein Haus, das am Sockel steht, beim Betonsockel, dann, das Ganze ist eine Hybridkonstruktion, ihr seht, hier ist das noch ein massiver Betonteil, hier ist das Wohnen mit Schmieden und so ein bisschen privater, aber ein bisschen intimer, und zum Westen, zur Abendzone, öffnet sich dann das zum Dachraum. Und das ist ein Betonskelett, das im Ege dann noch den Kniestock trägt, das seht ihr hier, und über diesem Kniestock aus Beton ist dann das Holzdach, oder das ganze Hochgeschoss ist das Holz. Das ist dann diese Prefabricated Timber, kommt dann, wenn der Warmeister fertig ist, kommt der Zimmermann, misst das aus, und in ein paar Tagen ist dann das Dach draufgestellt. Und Holzfenster gibt nur rohe Material, nur Holz und Beton. Wir haben natürlich hier, ähnlich wie das beschrieben war vorher, das Dach grabt natürlich hier extra noch ein bisschen weiter aus, dass es diese Räume wiedergibt, zwischen innen und außen, ebenso diese Ausgrabung vom Erdgeschoss, dass das halt nochmal den Rahmen weiterzieht, und diese schönen Übergänge gibt. Und diese massiven Betongeschichten, die lösen sich dann aufzuahnen. Das ist ein bisschen der Grundidea of the Project. Und jetzt gehen wir das durch, auch noch Fotos. Ich sehe, angefangen war ich fast mit einem ganz Holzbau, und dann ist natürlich konstruktiv die Frage, aha, ja gut, so sechs Meter hat dann noch irgendwie die Balkenhöhe, die sind dann noch nicht so groß, und dann Doppelbalken und so weiter. Das hat uns entschieden, ja, das ist eigentlich, es ist eine ein bisschen eine neuere Angehensweise, wir machen wohl ein bisschen weitere Spannweiten von 8,5 Meter, und mit Beton geht es extrem gut, mit diesen Betonstützen und auch diesen Trägern mit dem Kniestock. Und das ist für sich so eine schöne Einheit, auch statisch natürlich dann definiert. Und dann kann das Holz sehr, sehr fein pragmatisch einfach draufgelegt werden. Ich gebe es auch nur ein Fierspferd und so, aber eigentlich ist es eine sehr, sehr einfache Geschichte. Und ähnlich wie beim Holzbau, da spürt man es auch, die Statik ist dann sichtbar, nicht wahr? Das ist ein Blick auf das Buchberghaus, das Pabillonhaus am Abend. Wir waren an einem nebligen Tag fotografieren. Aber hier seht ihr euch schön, das ist dieser Dachraum, der Zweigeschoss ist dann offen ist. Hier hat es noch eine, innen nochmal eine Galerie, wo man eben einfach was lesen kann. Eine intime Galerie, die natürlich nach innen zeigt, nicht nach außen. Und das ganze Erdgeschoss, das sind diese Schiebefenster, die man hier öffnet. Ihr seht schön euch da, diese Betonskelette. Also das Skelett ist spürbar, die Statik. Dann ist es ausgefacht mit Holz. Das Dach selber ist, das ist da alles. Sieht man es da, ich gehe zum nächsten vielleicht. Das ist dann der Blech, also Kupfer und Betonziegel. Das ist der Blick von innen nach außen, wo man schön sieht, wie diese Räume eigentlich fließen. Und diese Struktur lesbar ist. Wir glauben, dass diese Kraft auch lesbar ist, nicht? Und es so einen schönen Moment gibt von Statik und Verkleidung und dann das Dach wieder am Hausholz. Da sieht es schön, diese Seite schiebt man hier auf, diese Seite hier. Und dann entsteht so ein Gefühl von, man weiß es nicht mehr genau, was ist jetzt drinnen und draußen. Diese Konnotationen vom Haus verschwinden, weil es die Absenz von Glas ist so. Also es wird struktureller, es wird halt auch fast ein bisschen industrieller fast, also oder landwirtschaftlicher. Es könnte fast ein Geräte schuppen, sagt man nicht, jetzt übertrieben ist ja halt. Und diese Absenz von diesen Konnotationen ist, dass wir den anderen Projekt noch wieder sehen, ist ein bisschen das, was wir finden, hilft, diese gängigen Bilder, die wir halt im Kopf haben, die haben wir alle, die habe ich, dass wir die ein bisschen verlieren und einfach mal ohne Vorurteile, das finde ich ja so wie auch im Leben sonst, man muss ja sich immer wieder aneignen, dass man frei von Vorurteilen an etwas oder an eine Person herangeht und nicht schon immer alles weiß, oh ja, ich habe zu viel Beton, zu viel Holz, Brunnen, es ist mir zu, so und so. Einfach mal die Sachen wirken lassen. Ich denke, das ist in der Architektur heute sehr, sehr wichtig und du hast es auch ein bisschen angeschnitten, Daniel, in deiner Einführung, diese Prejudice, diese Vorurteile ein bisschen abbauen, denken wir, ist ein Weg, wir machen uns Architekt mit einfachen Mitteln, halt, sagen wir mal, das Herz ansprechen, neue Gefühle erzeugen kann, Phänomene entwickeln kann. Der Grund ist natürlich, wie ich vorher erklärt habe, hier ein Erdgeschoss, das ist ein zweischaliger, isolierter Sichtbetonbar, das ist hier ein bisschen einfacher dargestellt, schließt und natürlich das Wohnen und da sich das dann öffnet, wie die Ecke und mit dem Dach, was diesen ganzen Wohnraum trägt und über Dach. Das ist das Bild von außen. Auch natürlich wieder dieses Draußenleben, unter der Schäune quasi oder wie ein Pavillon, nicht, also dass das wie so einfach ein überdachter Raum ist, irgendwo könnte das sein. Und diese Momente halt von diesem Öffnen und von diesem Pavillongefühl denken wir, es sind schon schöne Worte, natürlich. Hier sieht die Struktur wieder, hier der Balkon ist dann wieder ganz aus Beton, aus statischen Gründen. Hier sieht man gut die Kupferbleche, da alles wieder Holz, Beton, Ziegel, also es gibt kein gestrichenes oder verputztes Material, es ist alles einfach, wie es kommt. Und diese rohen Materialien, das ist auch ein Thema, das ihr sehen werdet, es geht dann durch, alle Projekte durch. Wir glauben auch, es gibt auch keine Hierarchien im Leben, genauso wie es ist, dass es keine wichtigen Menschen gibt als andere, es sind alle gleich wichtig und alle mit dem gleichen Respekt. Denken wir auch, dass bei den Materialien gibt es nicht High-End und Low-End, es gibt einfach Material und es gibt einfach Oberflächen und das kommunizieren wir eigentlich so auf diese Art. Und dann geht es halt um Räume und wie wir Menschen an diesen Räumen uns bewegen und Programme natürlich auch noch. Da sind wir das Wohnen offen, natürlich jetzt auch Küche, hinten noch die Feuerstelle. Und da ist ein kleiner Blick nach oben, das ist das erste Obergeschoss, wo ich sehe, das ist einfach dann alles als Holz. Das ist der Blick von unter dem Dach auf die Galerie, runter auf den Wohnraum, der jetzt offen ist und gegenüber auf dem Schlafzimmer und Elternzimmer mit Bad und so weiter. Ja, jetzt kommen wir zum Projekt in Mallorca, das ist das Gambolski-Platsche, das ist in Calei und Barz, das ist jetzt im Bau, das ist ein kleines Wohnhaus und das ist hier vielleicht schwierig zu verstehen, aber das ist das Meer, hier seht ihr Mallorca, ja. Genau, also Spanien nochmals, Spanien, dann die Balearen, Ibiza hier, Menorca, Mallorca und im Südosten von Mallorca ist Calei und Barz. Hier seht ihr die Küste und da ist ein kleines Dorf und in der Nähe von diesem Beach oder diesem Strand ist dann hier so ein grosser Torrent, das ist so ein trockener Flussbett, das dann einmal im Jahr irgendwie Wasser führt, wenn es stürmt und so. Und gleich oben dran am Hang ist dieses Grundstück und das letzte Grundstück im Urwald quasi dort im Junt. Und da haben wir ein Haus geplant, das quasi so am Hang, also im Berg runter, geplant auf zwei Etagen und noch eine Dachterrasse. Und das ganze Haus natürlich Mallorca, erstmal ist es dort am Berg, ist es im Wald und Mallorca geht es ja auch um Hitze und Kälte und dann auch um Ansichten. Jetzt haben wir das ganze Haus einfach nur Struktur. Das ganze Haus ist eigentlich eine Topografie als Struktur, den Berg runter. Und irgendwer hat sich das dann ergeben, probieren und machen, dass wir da diese 60 Grad Winkel geschnitten haben und das hat sich dann als die richtige Form etabliert, um dieses Haus zu entwickeln. Und das ist, was ich mit Struktur meine, es ist eine Betonstruktur. Es gibt nur Träger, plastische oder tropografische Ausbildungen dieser Träger und die sind dann, geht dann immer weiter. Also es sind dann auch Programme, die dann aufnehmen. Und auf diesen drei Geschossen sind einfach zwei Schlafzimmer, ein Wohnteil, natürlich hinten noch, kann man dann öffnen wieder, am Garten. Und zuoberst hat es noch so ein bisschen Wasser, wo man dann noch einsetzen kann. Und so sieht es aus von quasi vom Wald, wie das den Berg runter kommt. Und es ist diese Struktur aus Beton, die hier wieder, da geht sie nach vorne durch den Berg runter. Hier wird das geschnitten mit den 60 Grad, dass man hier den Blick, die Öffnung hat zur Natur. Gegenüber ist dann wieder zu und das gleiche oben. Es ist ein Spiel von Einblick, Licht und natürlich diese topografische oder statische Skulptur, die natürlich dann plastisch schon auch visuell diese Bewegungen mitmacht. Es gibt so einen Moment, wo dann, ja, ein gewisser Point of Gravity, also einen gewissen Schwerpunkt erzeugt. Es ist noch schnell wieder, quasi von hinten, wenn es dann wieder offen ist, hier kann man natürlich wieder das Öffnen, Übereck, die Struktur ist größer mit dem Balkon rundherum. Da sind es noch im Stein, der Küche ist draußen, geht es einfach weiter als topografische Erweiterung und Programm und alles gleiche. Und von unten sieht es so aus. Die Betonstrukturen in sich natürlich sehr, sehr roh und kraftvoll und es gibt natürlich keine Möbel mehr, das sind irgendwie alles mit eingebaut. Und zuoberst dann gibt es noch ein bisschen Wasser, wo man dann quasi mit dieser Tribüne, dass man dann nicht herunterstürzt, ein Meter mal ein Meter, weil das nicht irgendwie am oder unter dem Wasser oder drüber, sondern das ist eine Pyramide, die dann genau über dem Wasser steht. Dann sieht man da auch über den Wald und das ist ein Haus im Wald, aber das ist in zwei Minuten vom Strand entfernt. Jetzt kommen wir zum Projekt bezahlbarer Wohnraum für alle der Isabel und Bars Beche Stiftung in Zürich. Das war ein sehr wichtiges Projekt für uns und die Stiftung, weil wir zeigen wollten, wie wir mit bescheidenen ökonomischen Mitteln qualitativen Wohnraum für alle schaffen können, der dann auch billig vermietet werden soll. Das war eigentlich die Aufgabe, die die Stiftung uns so gestellt hat und die Stiftung hat auch Wort gehalten und die Wohnungen sind heute, das ist dreieinhalb Zimmer Wohnung ab 1500 Franken und die vier, die sind 65 Quadratmeter und die vier und halb Zimmer Wohnungen, das sind glaube ich über 90 oder so, für 2.000 Franken. Das Projekt ist in Albisrieden, kennt ihr vielleicht, also Zürich hier, dann ist es da, das war ja mal ein Dorf, das ist die Stadt Zürich, das ist hier, vom Triumli, Ötliberg und das ist die Situation, das ist der Letzigraben, die Straße, mit Bus und so weiter, das ist die Landwünsstraße, das seht ihr hier. Und das war quasi so ein Hof, wo halt noch Baulandreserben waren, wo jetzt diese Stiftung noch dieses Land hatte, um ein Projekt zu gestalten. Und hier ist noch ein Fußballplatz, was natürlich lässig ist für die Kinder der Anwohner. Und vielleicht noch typisch hier, ihr seht noch diese Riegelbauten aus den 50er Jahren und mit diesen durchgehenden Grünräumen, was man so schnell als Agglomeration abtut, aber einfach unglaublich schön ist, dort zu wohnen. Das ist wirklich eine, ich finde das eine unglaubliche Qualität, was man vielleicht noch ein bisschen dann ändern könnte, dass diese Grünräumen nicht alles als Rasen ewig gemäht werden, sondern noch ein bisschen Biodiversität, ein bisschen Pflanzen rein, aber sonst ist es eine sehr, sehr schöne Situation. Vielleicht noch, genau, wir haben dann diese Innenhof-Situation, das Projekt selber sind dann diese neuen Wohnungen und es ergab dann aufgrund verschiedener Gründe mit Grenzabständen, mit so und so, aber es war ein Proligo, ein Vieleck mit freien Formen, eine Art Stein, diese Form und diesen Stein haben wir dann zwei Höfe rausgeschnitten, echt morphologisch und dort drin, in diesen Höfen, haben wir dann die Wohnräume platziert, das ist quasi, die sind wie im Außenraum, kann man dann aber die Gläser ziehen, das ist dann normal, im Winter wäre es die Innenräume, aber eben tropografisch fühlt sich das dann an wie im Ausnahm, das ist eigentlich so ein wichtiges Detail, um das zu verstehen, nicht immer nur ein Programm, ein Residential-Programm zu verstehen, dass man einmal hat ein Volumen oder irgendeine Form und dort drin muss man dann irgendwie gut und recht noch einen Grundriss organisieren und am Schluss kommt man halt immer ans Gleiche, das ist immer der Ort, das ist immer der Außenraum, man hat diese Protagonisten, man hat die Fassade, man hat Trennbände, aber man hat kein Gefühl, man hat kein topografisches Gefühl für das Ganze und das versuchen wir hier, ich möchte euch dann zeigen, wie wir eigentlich zu diesem Punkt kommen, wo man den Innenraum nicht mehr versteht, als die Fläche begrenzt, einfach die Wände, die diesen Innenraum begrenzen, sondern dass man gefühlsmäßig Teil etwas größeres ist und da ist noch schnell die Skizze, wie diese Höfe dann, wie die Wohnräume, wie Brücken, nicht wahr, von der Morgensonne oder umgekehrt, von der Morgensonne zur Abendsonne, da drin liegen und in den Massen sind dann auch die Schlafräume und das ist es, Poligomphilek und die beiden Höfe und so sieht das dann aus mit den Wohnräumen drin. Und da seht ihr, denke ich, gut, was gemeint ist mit dieser Topografie, dass diese Masse nicht, die da hier weitergeht, das sind diese Höfe, die wirklich rausgeschnitten sind und diese Fenster, das war jetzt ein Element, das halt nicht das billigste war, nicht, da haben wir dann ein bisschen was investiert, um halt diese Kraft zu erzeugen, diese Absenz vom Glas, dass man dann da im Wohnraum das Gefühl hat, man sei im Außenraum. Und dann liest man eben, wenn man hier ist, liest man eben diese Masse mit, nicht wahr? Man positioniert sich gefühlsmäßig wie irgendwo in der Natur, beim, weiß ich was, beim Felsen, unter dem Felsen, auf dem Felsen, wo nicht irgendwie, ich bin jetzt in einer kleinen Wohnung und in all das Reden und Schlägen. Und genau, das sind diese offenen Wohnräume auf beiden Seiten. Vielleicht noch was Wichtiges zu den Kosten, habe ich ja euch gesagt, wir haben die Kosten tief gehalten, wir haben das geschafft mit einem Doppelschalen Sichtbetonbar, das wird oft gefragt. Es ist so, dass wir eigentlich dieses ganze Projekt ist eine Art, in einer rohen Ästhetik, wurde das behalten. Die ganzen Sichtbetonbauten wurden vom Baumeister gefertigt und das heißt, wir hatten dann, wenn der Baumeister fertig ist, der Rohbau fertig. Wir brauchen keine Bleche, wir brauchen keine Fassadenputze, wir brauchen keine Maler drin, haben wir fast keine Gipser, aber ich gerne maler. Und schlussendlich kommt man dann eben fast auf die gleichen Kosten wie irgendwie so ein komischer Kompaktgebauer. Und dazu haben wir viele Details natürlich in den Jahren dazu entwickelt, also die Fensterdetails sind einfach mit Flüssigkunststoff abgesandert, abgedichtet. Ebenso die äußere Schale vom Sichtbetonbauten am Dach, also ihr seht dann hier, es gibt keine Blech, nicht, weil es wirkt immer noch massig und skulptural. Das gleiche ist an beiden Wänden der Fall. Noch ein wichtiges Detail hier, die Persianas, diese schönen, ganz einfachen Holzpersianas, die man die Verspastelloner mit oder bestellt haben. Natürlich ist dieses ganze Drinnen-Draußenleben, denke ich, hat einen großen Einfluss von dieser mediterranen Tradition, dass das Leben nicht nur in den Hagen 4-Wern stattfindet, sondern in Barcelona natürlich auf diesen vielen Balkonen, auf der Dach der Wasser, die für alle zugänglich ist und das war hier genauso. Also wir haben die Dach der Wasser hier bei Longritte, haben wir gesagt, ja, das muss für alle sein. Wir wollen da kein Attica-Geschoss, dass auch die, die unten wohnen, gefühlsmäßig total von oben sind und so hierarchisch das nicht so definiert und kontaminiert wird. Das ist nochmal der Blick, aber auch von der Spitzenseite, da sind die schönen Höfe wieder. Auch da noch lustig, also es ist einfach dieses Grün, das hier durchgeht. Da ist da noch ein paar Bäume drin, Apfelbäume und die Leute vom Haus, die pflanzen alle jetzt überall Kartoffeln und irgendwie Tomaten und der ganze Garten oben ist mit Gemüse voll. Und die Parkplätze sind halt auch, aber jetzt wollte man auch nicht versiegeln. Das ist, also Regenwasser kann hier schön durchlaufen und es ist eine organische, ganz einfache, kompakte Sand- oder Kieserde und irgendwie schön organisch. Der Grund ist noch schnell, da seht ihr ja diese massigen Teile, ja, dann natürlich die Grundform. Mit dem Treppenhaus, Lift, habt ihr aber nieder in der Küche, auch minimal. Dann die kleine Wohnung, das ist jetzt zum Beispiel von unten, oben sind dann da zwei Schlafzimmer mit einer Duschhänge in der Mitte. Und die Größenwohnungen haben ein separates WC, darum konnten wir hier eine große Schiebetür machen bei der Dusche, weil es keine Klinitätsprobleme gibt und drei Schlafzimmer. Das sind die 90 Quadmeter und die 60 Quadmeter. Das im Blick abends, wieder diese durchlaufenden Räume. Natürlich hat es jetzt hier Pflanzen und so, das ist nicht immer so offen, das war natürlich, um das architektonische ein bisschen zu zeigen, das ist klar. Das ist die Erdgeschosswohnung, die kleine. Hier seht ihr halt gut, wie das immer noch vom Gefühl her diese Offenheit hat, wie topografisch jetzt halt, wir haben hier noch so eine Bank eingebaut, was so wie auch ein Dorfplatz, so eine kleine Kirchenbank, die halt ganz viel bewirken kann. Erst einmal kann man sich da drauf sitzen, das ist Teil dieser Masse, nicht das ist eben das schöne am Beton, man kann die in Formen massen, und es hat alles die gleiche Festigkeit und da kann man hier sitzen und es ist eigentlich ein kommunikatives Element, dass diese Wand eben nicht zur Trennwand macht, es ist nicht der Ende vom Raum, sondern diese Wand wird zum Kommunikator mit dieser kleinen Intervention von dieser Bank. Und so können wir halt dieses Kleinigkeitsgefühl auflösen, weil wenn man sich da drauf sitzt, dann haben wir das Gefühl, ah ja, man ist, also diese Baute und diese Protagonisten, diese Wand, ist nicht ein Trenner, ist ein Vermittler. Das sind so Finessen, die wir denken, einen großen Unterschied machen. Hier noch ein bisschen Holz, ihr seht hier, das ist alles Typ 2, der einfachste Beton, den es gibt. Das heißt, keine Anforderungen vom Architekten an den Barmeister. Hier seht ihr noch diese Schalung vom OSB, das haben wir auch draußen gemacht. Das war ein bisschen, das war nicht das Billigste, es war ein bisschen, hat ein bisschen mehr kosten. Hat uns aber, wir haben gedacht, es gibt aber eine Art einorganisches Gefühl für diese Beton, mit diesen OSB-Mustern und, ja, hat uns halt gefahren und hat irgendwie Mehrsinnigkeit. Und da wieder ganz einfach Typ 2. Das wird gezeigt. Das ist jetzt die größte Wohnung. Seht ihr den Blick? Zum Eingang, wo jetzt dieses Thema der Topografie wieder ganz stark ist, also die Eingangstür mit diesem dicken Unterzug, der Unterzug geht weiter, das eigentlich, dieser Unterzug übernimmt quasi diese, übernimmt den Eingang, nicht? Also der Kontrainer, dieser Unterzug hat die Kraft, als Eingang zu wirken. Und dann haben wir da schon was zurückgeschalt, nicht? Da gibt es wieder so eine Art Einschalung. Und da stürzt sich dann wieder was aus. Das ist sehr, sehr topografisch in dem Sinn. Es ist nicht einfach eine Wand mit einem Loch, sondern es sind ganz viele Dinge, die da mitspielen auf kleinstem Raum, die wir aber denken, dass man die spürt, nicht? Man spürt einen Unterzug, dann hat man hier diese Stelle, die ein bisschen weiter drin ist. Da machen wir einfach ein ganz einfaches, so ein Profil aus Stahl. Und das kann natürlich dann die Garderobe sein, nicht? Aber es wirkt nicht als Garderobe, es wirkt, es ist Teil des Rohbaus, nicht? Und das ist eine Art Bank, da kann man sich die Schuhe anziehen, ausziehen, dann geht es weit, kann man einen Tisch hinstellen, bis zur Küche, wo man dann dort ein Glas Wein trinken kann. Und so hat diese Topografie auch einen großen Einfluss für die Programme, nicht? Dass es so ein mitnimmt, das aufnimmt, ohne dass wir jetzt hier irgendwie ein Eingang und dann irgendwie eine Garderobe und dann x Scheinermöbel und so weiter, nicht? Das haben wir natürlich dann auch so vereinfacht, aus Kostengründen, aber wir finden natürlich auch, dass das einfach auch viel spannender ist, nicht? Weil es keine Addition von Dingen ist, sondern topografisch mitnimmt und die Dinge, das Narrativ quasi aufzieht. Aber man ist frei. Draußen sind wieder diese schönen Persianas, die sind natürlich in der Tradition von Barcelona, wie es sich vorstellen, wir sind in der Stadt. Und dann will man natürlich nicht, dass die Nachbarn reinschauen, nicht? Und dann rollt man diese aus über das Geländer, aber von der Seite kommen dann das Licht und die Luft trotzdem rein. Und der Balkon wird natürlich so erweitert als Wohnraum zum bestehenden Wohnraum. Die Gläser sind dann hier und die kann man alle da in den Bahnhof reinschieben. Also hier noch die Schiebetür. Das ist auch wieder so ein topografischer Moment. Und nicht einfach eine Wahl mit einem Loch und einer Tür. Irgendwie geht man irgendwo rein. Irgendwas passiert. Das ist keine Addition, autistische Addition von Dingen, sondern das Bad wird hier auch noch als gemeinsamer Raum verstanden. Das kommt man gleich später, denke ich. Geht aber eins weiter. Ich lege halt davon auf den Balkon. Da seht ihr ein bisschen, wie das diese Skyframe-Fenster da und diese Beton angepasst wurden. Beton und einfachste Geländer. Das ist der Blick zur Nordseite. Hier sieht man auch wieder schön diese Bank von der anderen Seite. Man kann hier einen Tisch hinstellen. Man kann hier sitzen. Es kommt ein Kreativiment. Da kocht jemand. Und das ist dieser Schaltraum, der Schlafraum oder Arbeitsraum sein kann. Einfachste Boden. Sehr schöner Boden. Das ist ein Hartbeton, 12 cm. Und ist von den Kosten ein Unterlagsboden. Ist aber dann natürlich der Fertigboden das ganze Haus. Das ist natürlich dann so eine Stelle, wo man dann unglaublich Geld sparen kann. Da haben wir natürlich auch die Ästhetik in dem Sinne so proklamiert. Das sind keine Zufälle. Auch diese Typ-2-Betonwände mit diesen großen Arbeitsspuren. Es ist irgendwie, oh ja, sieht das so aus. Da muss man natürlich dran glauben und das auch dann wollen, dass man halt eben nicht die Absence of Design ist dann eben nicht der Bau, Ando und so. Es ist einfach dann, es kommt von der Konstruktion, von der Baustelle. Und das ist die Ästhetik. Arbeitsspur und Material. Und hier die Küche schnell. In dieser Typ-2, wie ich das vorhin gesehen habe. Und das sind die Peri-Schalungen, das sind diese ganz großen. Und irgendwie kommt das dann raus. Und uns gefällt das, ich bin ehrlich, uns gefällt das natürlich, diese hohe Ästhetik nicht. Und dann bei der Küche noch wichtig. Es muss halt eine sehr kostengünstige Küche sein. Wie macht man eine Küche, ein Möbel, das günstig ist, aber nicht billig aussieht? Man muss es halt auch überdenken und man macht es einfach anders. Einfach nichts wie in der Norm. Wir brauchen natürlich Wasser, ist klar, haben wir hier diese, das Wasser ist logisch, Waschbecken. Und dann aus Metall, so gleich als Inox, das kann man dann hochklappen. Und der Kochherziger ist nicht eingebaut. Das ist so wie beim Campen. Stellt man den da drauf, steckt ihn rein und dann kocht man. Und sonst versorgt man den in einer Schublade. Und dann ist das Programm Küche fast inexistent. Aber der Raum ist eigentlich immer noch Teil vom Wohnen. Und das verschwindet. Und diese Inexistenten, also diese Nicht-Kontamination von diesen ewigen Programmen, diesen Räumen, finden wir es als eine Art Erleichterung. Und visuell auch ein Plus. Und dann haben wir natürlich hier auf diese Küchenregale zu verzichten. Das ist klar, weil natürlich das dann in dieser Reinheit auch so bleiben sollte. Sonst hätte es schon nicht mehr funktioniert, würde ich mal sagen. Da sieht man, es kann drausklappen. Das ist vorher, was ich hier betont habe, das zum Bad, vom Wohnen in der großen Küche. Das Welt ist nicht hier drin, da muss ich keine Angst haben. Da braucht man nichts. Das ist wieder einfach so ein Moment, nicht wie verbinde ich das Duschen und Wohnen. Und das ist fast so japanische Bäder mäßig, dass man da Intimität schafft und diese Türe zuschieben kann. Wenn man die zuschiebt, dann entsteht hier wieder eine kleine topografische Nische. Natürlich mit einer anderen Schalung, nicht die hart innen drin. Und dann hier berührt das etwas. Das ist dann auch schon wieder hier, sieht man, wo das dann hingeht. Das ist dann auch schon, die Massivität ist auch schon, also das Design von der Bewegung, nicht? Das ist nicht irgendwie Ästhetik, sondern das ist halt aus der Bewegung selber, aus der Veränderung vom Raum offen zu. Und hier geht dann wieder so ein kleiner Bank weg, wo ich wieder ein Tasse Kaffee trinken kann und so weiter. Also das ist diese, wir sehen das halt als ein Moment der Übergänge, nicht? Und nicht einfach eine Tür, die offen und zu geht. Das ist Blick nach vorne wieder, eine Kleinwohnung und hier auch ganz pragmatisch dieses Geländer, was für eine Bushaltestelle, sechs Meter, boom, ein Winkel und marschen da auch drauf. Auch hier auch hier, no residential, wichtig, keine residential connotation. Die Bank wieder und alles low budget, das muss man schon mit dem Kopf eingehalten. Oft wurde, es wurden sehr, sehr viele Besucher, Architekten aus ganz Europa und viele Journalisten, die geschrieben haben und oft wurde auch das Wort Luxus benutzt, nicht? Und das ist eben nicht, es ist einfach eine andere Herangehensweise mit den gleichen Mitteln. Und wir wollten dann zeigen, wie wir auf kleinem Raum Großzügigkeit entstehen lassen können. Und das denken wir, schaffen wir mit diesem topografischen, offenen, oder ihr seht, wie das, man spürt das Ganze mit diesen Räumen. Das war das, dann das Treppenhaus, die wir einfach und so, Typ 2 und Holz war noch wichtig, also Holz gibt es schon auch eine Wärme, den Beton, muss ich ganz ehrlich sagen. Granjungla, wieder zurück in Mallorca. Das sind zwei kleine Wohnhäuser, gleich neben dem anderen Projekt von Gamborski Placia. Und das zeige ich jetzt eher, auch wegen der Physiognomie ein bisschen, das ist, die beiden Häuser sind jetzt nicht am Hahn, die sind unten in diesem Wald. Und dort ist man mitten in diesem Grün drin und irgendwie ist die Dachterrasse, oben ist dann der sonnige Ort und unten. Irgendwie hat sich dann diese, das ist auch wieder ein Hybrid aus Beton und Holz. Und irgendwie hat sich dann diese Form ergeben, was schon fast ein bisschen an eine Infrastruktur, Baute erinnert. Und das ergibt dann diese Träger, die sich aber so quasi öffnen, nach oben zum Himmel, natürlich unten das Ege, so beschützen, nach oben das Auto stützen und beschützen. Und eigentlich auch eine kraftvolle Struktur, aber auch so skulpturisch, physiognomisch noch eigen, nicht? Und drin wird dann auch mit Holz, werden dann die Zwischengeschosse eingebaut. Alle Installationen sind in diesem Beton drin. Das ist nur noch Holzbauer, Fenster und Zwischengeschosse. Und so ist das Gefühl, ganz in diesem grünen Urwald geschützt durch diese große Dachterrasse, wo man natürlich auch noch hoch kann. Das sind zwei Twin Häuser, ganz einfache Konstruktion. Das sind die Wohnräume, wie natürlich kann man alles öffnen hier, nicht? Das sind diese, dann diese Fenster. Klappt man hier hin, das sind einfache Schiebe-Bald-Fenster. Aber die gibt einen schönen Eindruck von diesem, man spürt den Wind gleich ein bisschen durch, die Brise durchgehen. Dann ein Genossenschaftsfieler, ein Wettbewerb, Freihamten 2019 in München. 42 Wohnungen. Freihamten ist so eine Stadterweiterung, ein neuer Stadtteil quasi im Grünen. Da gibt es schon x Projekte und Webware. Da ist da nichts geboren. Aber ich möchte euch das zeigen, einfach ein bisschen, wie wir mit einfachen Strukturen Qualität erreichen wollen. Und es war diese Parzelle, auch die Wahl, kein Blockhand zu machen, sondern eigentlich eine durchgrünte Situation mit drei Solitären. Und wir kommen dann zu dieser Lösung, also sehr, sehr pragmatisch, eigentlich einfach ein Skelettbau. Skelettbau aus Beton, aber einschalig. Und der trägt, der geht bis nach außen, quasi ist dann nicht isoliert. Also die Isolation ist dann im Boden und in der Decke, wo die Holzelemente quasi reinkommen. Und das auch ist also einfach eine ganz einfache Struktur, die dann wieder quasi gefüllt wird. Hier seht ihr die mit diesem Holz zum Teil natürlich Fenster, mit dem Holz Sonnenleeren, und dann wieder diese Durchgehungsstruktur und mit dem Dachgarten für alle. Und dann ist das wieder diese Idee, dass natürlich die Ladengänge, diese halböffentlichen Außenräume, das kennt ihr auch die Dachgärten, in dieser mediterranen Tradition, halt die Erweiterung sind des Wohnraumes. Und ich glaube schon, das ist ein ganz wichtiges Argument, dann kann man halt auch auf kleineren Flächen besser wohnen und damit auch ressourcenschonender planen. Das sind diese Übergänge, Ladengänge, auf diesen halböffentlichen Terrassen, quasi verbunden, oben mit dem Grün. Und wieder ganz, ganz einfache Materialsthetik, Beton und mit Holz ausgefacht, im Übrigen in dem Sinn. Das ist nochmal Ladengang und Gemälde mit Gärten. Und vielleicht noch so ein Bild, wieder ein bisschen diese Hierarchisierung von Materialien, euch zu erklären. Das ist auch der Beton, da haben wir das Holz und sogar diese Kacheln, die man da sonst nur im Bad innen machen würde, sind hier auch von den Nasszellen im Außenraum quasi sichtbar, in der gleichen Ästhetik. Dann ein ähnlicher, in ähnlichen Geisten, ein Wettbewerb, mehrfaches Projekt, heute Teil in Bader Graz. Eine ganz heterogene Geschichte, Bader Graz kennt viele von euch sicher, im Osten der Schweiz. Hier ist das Grundstück, das ist der Rhein, geht hier durch. Und halt sehr, sehr heterogene Geschichte, hat man ein Familienhäuser oder mehr Familienhäuser, große Industrien und doch ein großes Grundstück. Und wir wollten jetzt halt ein Brett machen, dass eine Kraft von sich selbst entwickeln kann, von innen, sodass man nicht, und dass alle quasi gleiche Qualität von Außenraum haben. Und damit ist das Thema des Mediterranen wieder aufgenommen und quasi die Holzstruktur, es gibt diesen halböffentlichen Rahmen, aber natürlich als Außenbalkone durchgezogen. Das ist dann, wir haben in Städtewachsens diese Tripods, das sind dann zwei, vier, sechs von diesen, und so, dass natürlich alle auch fast ähnlichen Anteil der Sonne haben. Und morphologisch ist es diese innere Betonstruktur, die wieder alles in sich aufnimmt, alle Installationen, Küchen, Bäder und so weiter. Und dann diese Struktur von feinen Hölzern, die halt da wie so eine Art eine Außenrahmen, kommunikative Fassade aufbaut. Ihr müsst euch vorstellen, das ist alles aus Holz und daraus spielen die Kinder und da ist man drin, dass man draußen nicht einfach eine Lochfassade, sondern sich belebt. Und das war die Idee, das Gegenüber, so als altbelebter, kommunikativer Außenraum. Und hier ist der Blick von der Straße, da sind diese feinen Strukturen, wo man das dann auch zumachen kann mit Holz. Da war das irgendwie wegen diesen Einsichten, dass man da nicht immer alles verglas, natürlich. Die Grundrisse und da halt vielleicht sind wir es gut, diese Außenräume, die hat dann schon so eine Art, ja, braucht eine gewisse soziale Kompetenz, man ist halt Teil dieser Gesellschaft, man kann sich aber auch zurückziehen, aber es könnten schon so Synergien entstehen, dass man nicht immer so anonym vor sich hinlegt, nicht? Die Dachgerasse ist ja nicht möglich, den Giebel, aber Gärten und diese kommunikativen Balkone. Innen mit dem Holz und Beton, Wohnräume, hier mit dem Balkon, das ist die Erschließung, auch in den Dachraum. Dann noch kurz ein Projekt mit etwas ganz anderes, das ist ein Research Campus in Kiew, das war ein angeladener Wettbewerb. Und das war für eine Stiftung, quasi ein Campus Center mit 4000 Quadratmetern. Ja, jetzt, wie kriegt man sowas hin, nicht? Das 4000 Quadratmeter in eine Struktur, die doch auch noch irgendwie eben diese Kraft hat, diese Orientierung, diese Topografie. Und da haben wir dann dieses Ding erarbeitet. Das ist ein Grundform, das ist eigentlich ein Ingenieurprojekt, was sozusagen, was Kenzo Tangestal, das sind 60 x 60 Meter und die Diagonalen tragen, das sind die tragenden Elemente und spannen diese dann diese vier Patios auf und wie Brücken sind dann oben diese Offices drin. So sieht das aus. Ein bisschen als Beispiel wieder, fast ähnlich wie das erste Projekt im Buchberg, nicht? Das kleine Haus mit dem Dach mit der Struktur. Wie halt, wenn wir von Topografie und Morphologie sprechen, wie es halt eben spürbar ist, nicht? Und diesen Zusammenhang, nicht irgendwo ein Programm, irgendwas, sondern ist klar, dass da in den Stützen sind, sind die ganzen, wieder diese, alle Schließungen, alle Serviceprogramme und dann sind diese freien Räume mit den Konferenzen, mit den Schwimmbädern, weiß ich, das alles. Also diese Morphologie ist dann auch im Großen spürbar, sehr klar. Das ist das Modell, da gibt es dann auch irgendwie so ein Brotshaus und so, dazu, das sind Sportsplätze und Gärten. Und da sieht ihr auch diese Diagonalen, wie dieses Element, aber es ist eben sehr, sehr groß, das sind 60 Millimeter, 4.000 Quadratmeter Programme. Dass der Grund ist, was ich Ihnen vorher erklärt habe, spontanische Höfe. Und das sind diese Konferenzräume, Tisch, Postdivision, das sind diese Schwimmbäder. Und zum Abschluss, ich glaube, das Time ist immer so schlecht, zeige ich euch gerne noch das Projekt, von dem Daniel schon gesprochen hat. Das ist wieder was ganz anderes. Der Umbau des Mehrfühlenhauses Feldbeck in Zürich. Das ist, auch schnell, Zürich kennt ihr, klar. Dann ist es im Seefeldquartier, das ist hier in der Nähe vom See. Hier an der Feldbeckstraße, im Zolleckerstraße. Das Haus war, ich weiß nicht mehr, was das Haus ist, das ganze Quartier hier ist in einer Denkmalpflegerischen Schutzkategorie, wo die Mantellinie des Hauses geschützt ist. Das heißt, man darf es zwar abbrechen, aber man muss es genau gleich wieder aufbauen. Das war mal die Ausgangslage. Das war ein Haus von 1850 und da hat es ein bürgerliches Haus und ein Sockel, das war mal Weinlager, weiß nicht was alles, x Sachen. Am Schluss war es dann noch ein Malerunternehmer, ein Malerlager und x Dinge. Und das ist das Bild nach dem Umbau 2017. Und da müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Umbau. Das ist ein Haus von 1850 und das ist ein Projekt, das ist eigentlich ein Projekt, wo man an Ort arbeiten muss. Das kann man nicht vom Büro aus oder vom Zeichentisch irgendwie einfach irgendwas machen oder entwerfen, so muss man eigentlich an Ort, man muss das mal schauen, ja, was ist eigentlich da, nicht? Und das denke ich, das ist schon, das hat wahnsinnig viel Potenzial, nicht? Was ist da? Und dann mal richtig hinschauen, also dem Sagen hier halt total recall, to see what really is, nicht irgendwie works out. Also mal hinschauen, ja, was ist das? Und wir wirkten das auch wieder offen für Neues. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir Folgendes, so sah das aus, nicht? Irgendwelche Lager und jeder hat gesagt, ja, da kann man nicht drin wohnen, das ist ja Horror und weiß ich was alles. Ja gut, okay, jetzt machen wir einfach mal diese Horrorschichten in der Geschichte, nicht, das wurde alles drüber gemalt, alles mal weg, all diese traurigen Layers von 150 Jahren, weiß ich was, Traurigkeit, weg, bis auf den Rohbau, das ganze Haus. Und dann passieren solche Geschichten, nicht? Dann kommt auf einmal so eine Hurdis-Decke, das war, glaube ich, das ist nicht original, das waren vielleicht irgendwie 50er Jahre oder keine Ahnung. Dann drin diese großen, natürlich Steinbögen, die waren original und dann haben wir einfach gesagt, ja gut, aber das ist ja wunderschön, das ist am Schluss, das ist einfach eine Collage der Geschichte, nicht, von was da war. Und diese Collage haben wir jetzt einfach herausgeholt. Wir haben das gepurzt, wir haben das lackiert und wir haben einfach entschieden, dass das schön ist. Dass das schön ist, dass das nichts Minderwertiges ist und dass es da nichts anderes braucht. Es ist schon gut genug, wie es ist. Also wir haben es alles so gelassen, wie es ist und einfach wie in einer Collage, wirklich einfach ein bisschen weiter gebaut. Das ist jetzt so ein Studio, man muss natürlich dann das irgendwie isolieren, ist klar, dann muss man es auch wieder verputzen. Aber wir haben das dann wieder mineralisch gemacht, nicht, dass das so ein bisschen im ähnlichen Stil herkommt. Das ist die Originalstütze. Das ist schon oben eigentlich. Ja gut, hier. Dann haben wir natürlich, wir mussten auch eine Küche irgendwie einbauen, haben wir natürlich auch Stein gemacht. Das ist klar, hier habt ihr wieder unsere berühmte Betonbank, wieder das Massive. Und so ist dann dieser Farmer, ist ein sehr, sehr reichhaltiger Raum entstanden, weil eben diese Oberflächen nicht, die waren ja nicht von uns, nicht? Oder nicht irgendwie gewählt. Oder, das muss jetzt Typ 4 putzen, dann weiß streichen. Ich weiß ja gar nicht, von wo das kommt, ehrlich gesagt. Ich weiß ja gar nicht, wen das interessiert. Also ich finde nichts Langweiliges, also an irgendeine weiße gestrichene Fläche hinzuschauen. Und hier schauen wir hin, wir sehen die Geschichte, wir sehen die Zeit, es ist irgendwie, hat sich, hat Patina, man spürt die Kraft. Es ist, ja, es hat eine Oberfläche, genau gleich diese Stütze, halb kaputt, sieht die Steine. Und dann gehen wir, glaube ich, hier mal noch rein. Aber das ist die andere Seite. Da sieht man es gut an mir. Das ist ausgestattet. Natürlich muss man, im Haus gibt es Installation, da muss man Installation einbauen. Ja, gut, wir machen auf diesen riesen Installationsschacht, und den verklagen wir mit so transuziden, Skobalit-Elementen, Licht rein, und das ist dann quasi die Leuchtskulptur für diesen Raum. Und dann ist das, ist das diese, ja, halt irgendwie, die wurde halt von den Installationen bestimmt, weil die mussten noch um die Ecke hoch und so. Also war die Form von Installationen bestimmt, sieht man auch noch hier. Dann, das haben wir reinbetoniert, nicht, eine Treppe rauf, dann hier noch eine Galerie, dann kommt eine Holztreppe, die hochgeht, das war wieder original, ein paar Fenstermusten, also auch eine Collage mit dem Verhandeln. Und dann geht es noch weiter, das sind dann diese, waren dann diese Weinsteinbögen, nicht, klar, das war es Renaissance-mäßig. Und hier haben wir einfach diese Putze weggenommen und diese unglaublich kraftvollen Strukturen, Oberflächen erhalten, die halt quasi so nie existiert haben, weil es ist eine Rückführung dieses Gebäudes in einen Rohbau von 1850, den es so nie gab. Wir sehen das als eine Referenz natürlich ans Handwerk und wir stellen uns auch vor, wie die das gebaut haben und haben dann selber mit unseren Handwerkern, mit unseren Warmeistern da weitergebaut und halt topografisch, dann jetzt mit Beton, aber weiter massiv da, und halt Steine und jetzt mit Beton weiter uns topografisch hier bewegt, so dass eigentlich das Badezimmerprogramm, Badezimmer jetzt nicht vordergründig das Wichtigste ist, sondern einfach irgendwo kann man in so einem Stahl noch ein bisschen Wasser lassen, aber die Kraft ist hier im Raum und nicht im Programm. Dann noch schnell oben, das ist das Haus, haben wir dann auch alles auf den Rohbau zurückgesetzt und kleinere Wohnungen, zwei kleine Wohnungen, in pro Stockwerk platziert, das sind einfach nur noch Leichtbau und diese Wand wurde dann einfach ganz frei gespielt. Das war eigentlich dann das Projekt und einfach so organisiert, man kommt in der Küche rein, es gibt eigentlich keine Erschließung, es gibt nur einen Rundgang und dieser Rundgang wiederum gibt einem das Gefühl, dass eigentlich etwas nie aufhört und man muss nie zurück, man kann immer einfach weiterlaufen. Das klingt ein bisschen komisch, aber es hat wirklich ein Gefühl von Endlessness. Und so sehen diese Räume aus, also wir haben natürlich auch zuerst dann alle diese Putze entfernt von diesem Haus und dann kommen diese wunderbaren, wunderschönen Steine hervor und das war eigentlich schon das Projekt nicht. Da muss man aber schauen, dass wir das nicht mehr stören, sondern das, was schon da war, ist so schön, dass es nichts Besseres gibt. Und sogar die Unterzüge hier sind 150 Jahre danach gelassen und da auf diese Natursteinlabern draußen ganz massive Holzfenster draufgeschraubt. That's it. Dann entstehen so unglaubliche Geschichten, die man ja sonst gar nicht bauen könnte. Das ist alles vom Ort, vom Objekt. Das ist dann, wie es rundherum geht. Das haben wir dann mit Leichberg. Klar muss man natürlich das auch Feuerschutz und so. Das sind natürlich H2O-Platten, das sind nicht Gipsplatten, sondern das sind mineralische Platten, die wir dann mit so Mineralputzen verputzt haben. Dass es steinig wirkt, wie die Telefonstellen abstimmen. Ja, und dann geht es weiter, geht es rundherum. Hier ist einfach die Dusche. Hier ist sogar beim Bad, dieser Spiegel auch verdeckt, dass nicht kontaminiert wird. Wie eine Schiebewanne, die schöne, wunderschöne Steinwand weiter. Ja, that's it. Durch sind wir. Herzlichen Dank, bis zu Ihnen. Ich sehe die Frage. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank. Tolle Projekte, extrem. Auch dieses Engagement, das ihr da habt, das sind ja wirklich unkonventionelle Geschichten, die ihr da euch ausdenkt oder auch Herantrehensweise irgendwo, aber wahnsinnig architektonisch und direkt und deshalb auch nicht. Ja, man hat das Gefühl, dass sogar dieses letzte Projekt ist ja eigentlich sehr architektonisch. Das ist ja nicht eine echte Tour, die irgendwo, man kennt das vielleicht aus Italien oder aus den südlichen Ländern, da wartet das gar nicht in Zürich oder am Herzen von Zürich und trotzdem schafft es ja solche Räume auch zu schaffen oder auch diese fast schon 60er Jahre Ästhetik, die ihr da habt, aber es geht eben weiter, dass diese Haptik von diesen Strukturen, die ihr da aufbaut, die kraftvoll sind, das ist wirklich eigentlich toll. Wie macht ihr das eigentlich im Entwurf? Aber ist es ein Modell, 3D oder hast du tausende von Praktikanten, die irgendwie an der Sägemaschine irgendwas machen oder wie entwickelst du solche Projekte? Wie machst du das? Ja, schon, also natürlich sehr, sehr fundierte und präzise Planungsarbeit. Jetzt technisch aus 2D und 3D. Wir machen weniger Modelle, physische. In Mentorsprozessen ist es fast nur 3D-Modelle, die wir machen. Aber alles, alles, bis ins letzte Detail. Und das in jedem Maßstab. Und dann wären wir dann vielleicht schon ein bisschen weit. Gibt es denn auch 3D, gibt es denn auch virale Modelle zum Teil? Aber so in der Probephase, wie viele Architekten und diese Arbeitsmodelle, das machen wir alles in 3D. Und dann ist bei dir natürlich aber auch offensichtlich die Baustelle wahnsinnig wichtig. Du hast das extrem gern. Das spürt man so ein bisschen. Also hier in diesem Projekt hast du gesagt, du warst viel auf der Baustelle, hast sehr viele Sachen auch teilweise auf der Baustelle entschieden. Musstest du auch? Was ist hinter diesen ganzen Verputzen darunter? Was machen wir da draußen? Was nützen wir das? Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also das ist ja die Baustelle ist irgendwo als Chance. Ja, natürlich. Also ich denke, die Baustelle ist bei uns, das ist einfach, das ist wie, wie soll man das sagen, das ist die gleiche Wichtigkeit. Das Ausführen, das Material, auch die Leute, die dort arbeiten, mit denen reden wir immer. Also ich bin ja gerne mit den Leuten, die das bauen, weil ich einfach auch staune, wie gut die sind. und was die können. Und dann ist es so ein, wir sind natürlich schon klar dann, wie es gebaut werden muss. Wir planen das ja, aber wir sind sehr, sehr nahe, beide Baustelle sind sehr, sehr nahe bei den Orten, die bauen. Und es ist ja eine Art Künstler, nicht? Und bei den Umbarten sowieso. Also da kommt ja die Inspiration von dem, was da ist, nicht? Und das ist natürlich mehr als, es ist da auch natürlich diese, ja, es ist einfach unbedingt, und es ist ja schon da und es gibt dann diese, dann macht man Dinge, die niemand machen würde, nicht? Das kann man nicht machen. Doch eben, machen wir genau, aber nicht, doch, weil wer sagt denn schon, was überhaupt geht und was nicht? Und das ist schon ein ganz, ganz wichtiges oder wichtiges Punkt in der Arbeit als Architekt, dass man halt auch ein bisschen Mut haben muss, nicht? Und diese, immer diese Wertigkeiten, also es fängt bei der Schule an, ist ja klar, ich mache auch Kritik und so, es fängt bei der Schule an, in der Akademie, dann bis zum Bauamt, und dann bis zur Stadt, alle reden ja rein und alle, ja, nein, so macht man es nicht, man macht so und so und so. Und man muss es ein bisschen über sich ergehen lassen, das ist normal. Das ist auf der einen in Mallorca gleich wie in Zürich, gleich in Barcelona, spielt da keine Rolle, aber man muss dann schon auch, finde ich, den Mut behalten, um die Dinge auch anders zu sehen und dann dort daran festzuhalten. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es vieles ist halt über Vorurteile, über Vor, eben diese Kontaminationen, das muss so sein und Architektur ist so und so, vielleicht denken sie nicht so nicht. Und das ist ja eigentlich wahnsinnig toll, also das ist, du hast teilweise auch so gedacht, im Vorgespräch auch berichtet, so über Meister sein in Sachen machen und hier habt ihr glaube ich einen Stauraum gemacht, der eigentlich nicht eingezeichnet ist, aber nie funktionieren wird, dass Sachen, Gesetze gefordert sind, die man macht, aber dann anders löst beziehungsweise räumlich sogar in Erscheinung treten. Ja, genau. Das ist natürlich verrückt, du wirst wirklich die Master auf Täuschung, wie man so schön sagt, dass man diesen, wie jetzt hier in dem Projekt, also diese Stauräume, die einfach PBG oder weiß ich was, diese 6, 7 oder 6,5 Meter kleinen Wohnungen musst du dann oder wegnehmen, der Wohnung, es gab keine Keller und dann verlierst du diesen Raum. Jetzt haben wir den Raum einfach flexibel gemacht, mit zwei Türen und da wird Teil von diesem Rundgang ist vielleicht eine Ankleidung oder nicht, das kann jeder selber entscheiden. Und das sind halt dann so Dinge, die, ja, das ist jetzt nichts, alles normal. Es gibt einfach sehr, sehr viele Regeln, nicht? Architekturen, da muss man halt auch einhalten und manchmal muss man halt ein Auge zudrücken und ja, komm, also jetzt irgendwie, nicht? Aber das ist klar, es geht an Architekten gleich, es geht von der Bauphysik bis, also man, ein Projekt ist ja, man muss ja Meister darin sein, dass man an einem Projekt nicht gleich alle Baugesetze ablesen kann, Und das ist ja eigentlich das wahnsinnig toll, also du arbeitest du extrem mit deinen Fachplanern zusammen oder wie fühlst du das eigentlich? Also es ist ja die Frage so, zum Beispiel Bauerschen scheint ja recht wichtig zu sein in deinen Projekten. Das ist H&O, also absolut dauernd. Wie gehst du da vor? Bitte? Wie gehst du da vor mit diesem Fachplan oder wie arbeitet ihr hier zusammen? Wir arbeiten sehr, sehr nahe zusammen, natürlich immer Planhaus da und gut, wir kennen uns jetzt auch schon ziemlich gut mittlerweile und oft schütten sie schon einfach den Kopf und ich weiß schon, naja gut, und dann kommt dann das schon gut und oft ist es natürlich, wollen wir das auch integrieren, also das ist jetzt eben diese ganzen Fachplaner eben bei der Statik, dass man das dann auch spürt und so und manchmal will man das auch nicht und dann muss man mit ihnen ein bisschen reden, dass das halt auch ein bisschen jetzt nicht so konventionell gemacht wird, aber wir kennen uns mittlerweile schon sehr gut. Aber gleichzeitig, du machst ja Projekte in der Schweiz, hast solche in Barcelona und auch in Mallorca. Wenn du dieselbe Betongeschichte in Mallorca machst, wie kriegst, also die haben ja ganz andere Vorstellungen, bist du dann vor Ort oder wie arbeitest du dann? Also ich glaube, das Interessante ist ja, das Bauen in der Schweiz sicher ganz anders funktioniert in Zürich, wie in Barcelona, wie auf Mallorca, wie gehst du damit um und wie, also das eine ist die Planung, dass man, dass du weisst, dass es so geht, aber wie kriegst du das dann umgesetzt? Also das ist ja nicht ganz... Das ist eine sehr gute Frage und es ist schwierig, also vielleicht mal von der Planung ist es irgendwie einfach immer überdokumentiert als Schweizer. Das ist einfach eine andere Tradition und da denken die, nein, das ist ja verrückt, die haben auch noch nie so viele Pläne gesehen für ein Projekt. Bis wir dann das kommunizieren können, dass diese Pläne sind ja eigentlich Sicherheit für alle, für die Architekten, die Bauherren und die Unternehmen. Wenn genau mehr Pläne man hat, da gibt es keine Änderungen, nicht, wenn ich eben komme, ah ja nein, sondern es ist alles klar definiert und das hat sich mittlerweile umgesprochen und dass man mit unseren Plänen ein Projekt gut von ab bis zu durchbauen kann, ohne weitere Probleme. Und das hat sich, am Anfang haben sie ein bisschen gedacht und so, aber ich bin dann locker und am Schluss sind sie dann sehr, sehr froh, nicht? Und eine andere Frage dazu, genau, jetzt, aber die Umsetzung, genau, das haben wir jetzt, über 15 Jahre haben wir da Spanien gebaut und geforscht und probiert und wollten Sachen auch übernehmen und so und das geht eigentlich nicht. Also die Unternehmer, es sind gute Unternehmer in Spanien, gute Bauunternehmer, aber sie haben eine andere Tradition. Das geht von den erdberührten Bauten, die ganz anders gemacht werden, bis zu einer Zweischalligkeit, Kraftplatten, das kennt man nicht. Also das gibt es nicht. Und Sichtbeton an und für sich ist einfach eine, wird als sehr, sehr schwierig und als Luxus angeschaut. Und da sind wir schon ein bisschen auf die Welt gekommen, muss ich sagen. Was wir durch eine Langhützstraße gemacht haben, mit diesem Typ 2, das kann man sich in Spanien nicht vorstellen. Also wenn ich sage, nein, wisst ihr, Typ 2, das ist Wurst, das kann auch so roh sein, sagen sie, ja, ja, aber sie glauben es nicht. Sie denken, Sichtbeton ist da da auch andau. Und dann hast du da, genau gleich wie diese Vorurteile, das sind zwar Profis, aber sie hören dir nicht zu, aber das passiert eigentlich immer im Leben. Du sagst etwas, die andere Person sagt, nein, nein, ja, ja, klar, aber versteht es total anders, obwohl du es ganz genau erklärt hast. Und die andere Person versteht es anders, weil sie einfach voller Vorurteile und Wertigkeiten ist, die halt das nicht zulassen. Das würde aber heissen, dass das Projekt dann doppelt so teuer wird, weil du dann eigentlich den falschen Beton bekommst, den du eigentlich so nicht bestellt hast. Oder wie gehst du damit um? Ja, natürlich lange, lange Diskussionen gehabt. Nimmst du die mal auf eine Schweizer Baustelle und die zeigst du dir, wie das geht? Oder wie gehst du damit um? Gezeigt natürlich, genau, mit Referenzen. Dann haben wir ein Studentenhotel gemacht in Barcelona, wo wir, es waren so ein ganz einfaches, nicht Sichtbeton, sondern Sichtbeton-Hoodies-Decken, das so wie jede Garage in Spanien gemacht wird. Da haben wir die Sicht gelassen und so und das konnte niemand glauben, dass nichts, das war, sie haben nicht geglaubt, dass man das so lässt. Und gleichzeitig industrieller weißer Boden rein und so, natürlich, dann war es in London, weiß ich was, Designpreis, irgendwas und in Barcelona konnte es niemand glauben und nach einem Jahr haben sie dann doch dann mit Ecken noch verboten. Also es ist so, es ist einfach, ja, natürlich will jemand, also es ist alles anders, alles ist verschieden. Ich glaube, diese Wertigkeit und daneben diese Assoziation, das ist in die Garage, Dreck und so, man kann sagen, es ist Ansehen, Kiefer, Oberflächen, Schatten, alles Zufallsspuren, da kannst du eine Nacht lang an die Decke schauen und immerhin siehst du etwas Neues, eine neue Figur, wie in den Himmel, nicht? Es ist so, wie die Wolken anschauen. Aber diese sozialen Zwänge, die sind halt schon sehr, sehr stark. Und in der Schweiz haben wir dort noch ein bisschen Vorsprung, denke ich, mit unserer Betontradition und, ja, dass dieses Role noch ein bisschen verbreitet ist, aber Spanien kommt da auch noch, bin ich überzeugt. So ein wichtiger Thema, das immer wieder auftaucht bei deinen Projekten, ist der öffentliche Raum und gar nicht unbedingt jetzt als öffentlicher Raum, sondern du bezeichnest das eigentlich als kommunikativer Raum. Kannst du dazu noch etwas sagen? Ich glaube, das ist ein ganz, das ist ein Schlüsselding zu deinen Projekten, weil das gibt denen wie so einen anderen, einen anderen Kick, der, der, die Leute können diese Räume sogar an sich aneignen. Genau. Diese Räume, und wie, woher kommt das? Wie gehst du genau das? Ich denke, zwei Sachen, ich denke, zum einen ist es einfach wahnsinnig wichtig, wie gesagt, wir müssen einfach den öffentlichen Raum aufhören jetzt, nicht? Also in den Städten, die Autos müssen raus, die Velos müssen rein, Bäume müssen rein, diese, die Räume in den Städten müssen weg vom Verkehr zurück zu den Bewohnern. Und das ist ein bisschen, das ist auch ein lässiges Thema in Barcelona mit den Supermanzanas. Ich hole jetzt, natürlich dieses wunderbare Stadtplan von Serla mit diesen, diesen Blockrändern in der Schampler und jetzt werden wieder immer drei oder vier und vier, weiß gar nicht mehr, vier und vier Blockränder werden zu einem Superblock zusammengefügt, wo eigentlich der Hauptanteil des Lebens geht zurück an die Bewohner. Es gibt nur noch Zufahrt für Privat, also viele Leute, die dort wohnen, aber nur noch ganz kleine Straßen, dann ist es meistens Veloweg, es gibt Spielplätze, Kinder spielen Fußball, es gibt Pflanzen, es gibt wieder Bänke draußen, die Leute sitzen draußen und das gibt es ja bei uns, also in Zürich zum Beispiel gibt es keine Velowege, es ist todgefährlich, wenn man Velofährt, dann gibt es in der Stadt fast keine Bänke mehr, weil dort vielleicht mal ein Besoffener drauf sitzt oder ein Punk und das gehört eben alles auch zum Leben, also die Gesellschaft ist ja, ich weiß nicht, ob du schon in Indien warst, dort ist es extrem, dort sind einfach alle, alles Leben ist auf der Straße und bei uns ist alles Leben in den privaten vier Wänden und dann passieren diese komische Geschichte, dass die Leute immer größer, Wohnungen brauchen und immer noch mehr und so, aber draußen irgendwie dann nicht mehr viel passiert und diese öffentlichen, halböffentlichen oder die Aufmerksamkeit des öffentlichen Raumes, dort sehe ich halt die Parallel jetzt zu Barcelona oder zum mediterranen Bereich, wo eben diese Sachen, also in Barschonetta jetzt wieder mehr, wurde früher immer in der Straße gekocht, Leute saßen draußen, haben Beile gemacht, Stühle rast, gekocht, gegessen, da warst du kein großes Wohnzimmer und in Barschonetta ist eine ganz, ganz kleine Wohnung, da kannst du, da bist du auf der Dachterrasse oder du bist draußen oder im Park oder Kindergeburtstage, die sind nie bei jedem zu Hause, weil dann viele Leute gar nicht groß genug Wohnungen haben, also ist das halt dann im Park oder am Strand oder in einem öffentlichen Raum und ich denke, da könnten wir, da müssten wir schon noch viel bewegen wegen dieser Diskussion mit Entwicklern, nicht, wenn man sagt, die Dachterrasse, die muss für alle sein, und das ist dann so ein kurzfristiges Denken, weil eigentlich, nicht wahr, das ist, weil es zu viel Qualität, was dann so etwas für alle ist und ich denke, heute ist einfach jetzt wirklich, also dieses, ich sage es jetzt einfach mal so, dieses, diese Gewinnmaximierung und irgendwie, das ist einfach jetzt vorbei, nicht, es geht auch nicht mehr mit unserem Planeten, wir müssen zurück, wir müssen weniger und dafür mehr für die Gemeinschaft und das denke ich, dort ist der öffentliche Raum genau das Thema nicht und jetzt im Kleinen, eben so eine Dachterrasse und nicht nur ein Artikel draufsetzen, sondern das ist dann für die Menschen und bei uns jetzt in der Langgültstraße, dort passiert wahnsinnig viel, die Leute sind im Sommer immer oben, machen zusammen Gärten, kennen sich alles und wahnsinniger Austausch, das habe ich nie gekannt vorher von so Häusern, im EG wird gegärtnert, auf dem Dach wird gegärtnert, es wird sozusagen gekocht, also es sind noch schöne Geschichten irgendwie, muss ich sagen, machen die Eindruck, ja. Und das hilft dir natürlich, dass du diese anderen Bilder auch noch hast, dass du in anderen Lebenswelten auch noch unterwegs bist, du meinst doch nicht diese Festgefahrenheit, so ist es und so bleibt es, sondern den Kopf auch ein bisschen freihalten und andere Sachen auch sehen. Genau. Was ja noch interessant ist, du warst in deiner Jugend viel in Ander, ja, also diese, diese, diese Bogen vielleicht noch so ein bisschen zurück, aber was interessant ist, dabei ist ja vielleicht einfach so diese, diese Direktheit von diesen Bauten, haben die irgendwas vielleicht auch damit zu tun? und das sind diese ganze. Ja, das sind ja wunderschöne, eben diese Ställe mit diesen Steinen und diesen Steindächern und mit diesen Hölzern und dann wurde es immer von den Bauern selber gebaut und wenn wir irgendwas, dann haben wir das mal umgebaut, auch mit, da kamen alle vom Dorf, haben natürlich dann alle zusammen, da haben wir das Dach gebaut, da wurde ein Barm immer geschlagen für eine Stütze. Es ist einfach unglaublich so authentisch und so, ja, man fasst ebenso wie die Pyramide in Ägypten, nicht? Man sieht halt, wie es gebaut ist, nicht? Und, und das ist so ursprünglich und so, ich finde es halt eine große Sinnlichkeit, nicht? Eine große, und auch ein großer Bezug zum Rohr und zur Natur, nicht? Zum Stein, zum Holz, ja, das hat mich sicher geprägt, auf jeden Fall, nicht? Ich finde es auch wahnsinnig schön. Nein, das ist auch nur extrem frisch, und was du, dass du in der Architektur das eigentlich schaffst und dann diese, diese unglaublich, nichts, es sind ja keine skulpturalen Räume, die du schaffst, das sind eigentlich, du hast auch keine Fassaden oft, das sind dann oft, sind das mehr, du stehst auf den verschiedenen Seiten und das sind eigentlich Objekte, die verschiedene Funktionen eigentlich haben und ihre Struktur bilden, wo das Leben, diese Struktur dann eigentlich funktioniert, was ja extrem erfrischend ist, weil es, weil es so eine Offenheit hat und so eine andere Konnotation, wo das Leben eigentlich da in dieser Struktur viel wichtiger ist, als jetzt das Bild vom Leben. Sehr schön gesagt, ja, genau, das würde ich gerne auch so sagen, genau. Ja, doch. Gut, bestehen Fragen noch von Studierenden? Ist noch jemand da? Ja, da sind relativ viele, Sie hören vor allem. Ja, vielleicht hätte ich noch eine Frage, bei diesem letzten Projekt hier, ist was wie, was ist außen, wie ist das gedämmt, dieses Haus, oder, ich würde auf... Ja, Hugo, ne? Wie? Dein Name ist Hugo? Ah, sorry, ja, ich bin der Valerio. Valerio, ah, bist du Bündner? Genau, Bündner. nein, Valerio, also es ist so, das sind ja so 70 Zentimeter Steinwände, diese Natursteinwände, außen ist gar nichts gedämmt, das ist einfach ein normaler Kalkputz, ein organischer Kalkputz drauf, und das war möglich bei so einem Projekt, wenn man einen Bauteildämmnachweis macht, ja, und das heißt, die Dinge, die du irgendwie veränderst, musst du irgendwie nachweisen, dass das dann den heutigen Normen entspricht, das ist natürlich bei den Fenstern, alles gemacht, aber bei den Mauern, innen putzen, so fällt das quasi weg. Ja, danke, dann habe ich noch eine weitere Frage, Sie haben vorhin gut erwähnt, dass man bei unserem Planeten, ja, Vorsicht, tragen soll, und aber, Ihre Bauten sind die meisten aus Beton, und was machen Sie dagegen, einfach ist, einfach, Sie bauen ja auch nicht, weiß ich nicht, wie viele Gebäude, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, aber, das wäre eine Alternative. Das ist eine gute Frage, Valerio. Außer im Beton ist, es ist eigentlich, dass das meiste CO2 produziert, durch das Brennen vom Klinker, ja, Klinker ist so ein Ton, der dann, der wird gebrannt, und dann wird der wie so, der wird dann so fest, und der wird dann wieder gemahlen, und das ist dann eigentlich das, was die Steine im Beton zusammenhält. Und es ist man dran, dass man mit erneuerbaren Energien, erstens mal, diese Sachen erhitzt, und zweitens auch andere Materialien beimischt, also es ist etwas völlig recht, dass der Beton, ist einer der grössten CO2-Verursacher, auf der Welt, nicht? Und auch wenn wir jetzt in der Schweiz, da nur ganz kleine Player sind, natürlich China und Indien, ist es am grössten, aber auf jeden Fall, wir benutzen zum Teil rezyklierte Beton, das sind aber nur die Körner, das macht jetzt nicht so viel aus, und natürlich jetzt bei den neuen Bauten, sind das viele, viele Hybride, wo vor allem dann zum größten Teil mit Holz, auch gearbeitet wird, wo wir Beton und Holz zusammenfügen, und halt aber in der gleichen hohen Tradition, das Holz ist ja auch ein sehr roher Bauträger, und so versuchen wir schon auch, das zu verarbeiten, nicht. Ja, danke. Ist das genug für dich? Ja, ja. Das heisst, der Beton, zum Beispiel noch fehlt extra, nein, der Beton beim Zürich, bei diesem Haus, was ist da, ist das alles aus rezykliertem Beton? Nein, nein, das ist jetzt dort, es ist vor allem, glaube ich, im Urgeber rezykliert, ich weiss nicht mehr, statisch kannst du es nicht ausbenutzen, ich weiss im genauen, Anteil weiss ich nicht mehr, aber es ist eben, der Rezyklierte hilft ein bisschen, aber es geht wirklich darum, dass man den Beton, es gibt schon gute Forschungsprojekte, die jetzt laufen, weil natürlich im Tiefbau, braucht man weiter im Beton, ist klar, weil die ganze Infrastruktur, Tiefbau, alles erdberührte, das ist quasi, ja, also muss man dort schon, im Hochbau ist es nicht so, nicht so ein grosser Teil, aber dort denke ich, dass man, es ist auch so, dass es bei allen, am meisten Wettbewerben ist natürlich, jetzt Holzbau gefragt, das ist auch gut, nicht? Und, ich finde wichtig, Valerio ist genau das, dass man einfach die Dinge nennt und das auch weiss und man kann das auch berücksichtigen. Ich glaube aber, die andere Frage ist nicht nur die Verwendung des Materials, was für ein Material, das man nimmt, sondern dass das Material eben auch wertig ist, also das macht, glaube ich, eben auch etwas aus, also wenn du eine Spanplatte hast, dann wirst du die weniger lange im Betrieb halten, als wenn du eine anständige Holzplatte nimmst. Genau. Einfach weil die auch über die Alterung länger hält, länger funktioniert und du auch wieder flicken kannst und das andere wirst du eben nicht gehen und diese Betonstrukturen hat natürlich auch die Chance, wenn die gut sind, dass die natürlich 200 Jahre halten. So hat sich kompliziert, diese graue Energiebilanz, aber das ist nicht so klar, aber es ist auch völlig recht, also je lang dauern, desto besser ist die Bilanz nicht. Und das glaube ich, das ist durchaus noch ein wichtiger Faktor, die Rechnungen ja teilweise immer kürzer werden für diese, sage ich jetzt in wirtschaftlichen Rechnungen, aber auch die ökologischen Rechnungen, waren etwas, und ich glaube, es sollte auch wieder langfristig funktionieren, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil. Und trotzdem, gerade das schätze ich an deinen Bauten, dass die eben nicht Bio-Architektur sind, im Sinn von die grösstmöglichen Kuben eigentlich machen, sondern eben eine Skulptur, also diese Vorräume, diese Zonen auch schaffen, diese Übergangstonen schaffen, und das ist eigentlich wahnsinnig toll, auch als Lebensgefühl. Komm, das bitte. Bestehen noch andere Fragen? Keine? Oder noch etwas? Ja gut, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, ganz herzlichen Dank, dass das möglich gewesen ist, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Vortrag. Ich finde es extrem inspirierend, die eine Projekte, die du uns gezeigt hast, auch die Vorgehensweisen und deine Arbeitsweise, das schätze ich enorm, und ja, ich hoffe, dass wir weiter viele gute Projekte von dir sehen, und weitere, auch vielleicht wieder mal so etwas möglich ist, das wäre extrem toll. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne, ich danke dir, Daniel, und euch, und es hat mich sehr gefreut. Und noch ganz kurz, einfach so, wir haben eine kleine Serie jetzt gestartet, in der Architekturtheorie, eben am 28. April haben wir Markus Breitschmid, er hat ja das Buch für Valero geschrieben, nicht-referenzwelle Architektur, über jedes Gebäude ist sein eigen, wird er sprechen, und am 26. Mai, Cédric Avenier, ein Architekt aus Grönobel, Le Beton dans les Alpes, das wird ja französisch sein, der Beton in den Alpen, das ist genau so das Thema, eben Typologie, und dieses, der Material Brü, also dieses, der Umgang damit, also das, die haben wirklich eine Kultur vom Beton, Beton-Umgang, und das Erstaunliche ist, die Politik will nur noch Holzbauten, also kein Architekt, von da könnte das mittlerweile, und das Holz kommt mittlerweile aus Sibirien, das ist total absurd, was da abgeht, aber es ist total interessant, was da eigentlich ist, es macht eben viel Spaß, über solche Sachen auch nachzudenken, und ja, deshalb habe ich jetzt diese Leute da nochmal eingeladen. Ganz herzlichen Dank, wir sehen uns, und bis bald, danke. Bis bald, danke, ciao zusammen, ciao, ciao, danke vielmals.